Postkarte, 7. Februar 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschl. Lieb verehrter Herr Doktor, haben Sie mir schon geantwortet? Und ist Antwort verloren gegangen bei der rollenden Erdkugelfahrt? Wie es auch wird, Ihnen immer Dank. Schreiben Sie mir bald. Ich male augenblicklich ein ganzes Buch, enorm logobrär, Theben. Ich bin sehr fleißig, immer Ihr Prinz Jusuf. Viele Grüße an Frau Beversen. Postkarte, 24. Februar 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschl. Lieb verehrter Herr Direktor, schreiben Sie mir keine Antwort oder haben Sie mir was übel genommen? Antwort, ich bin am kolorieren, 250 herrliche Bücher, sehr am Arbeiten, aber lebensmüde. Wie geht es Ihnen? Ich sitze nun gerade vor dem Himmel, so hoch wohne ich. Ihr Prinz Jusuf, liebe Grüße an Ihre Frau. Wie geht es Ihnen?